Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. Wir haben es geschafft, wir haben alles erfüllt. Wir brauchen jetzt nur noch das Essen zu bringen. Das ist der Craft und das ist der Bäcker. Wo ist der Kellner? Das ist hier. Jesus Maria. Beerntorte wird jetzt das hier. Bevölkerungsmitglied, stattdessen wird der hier. Best. Best, okay. Okay. Können wir noch nicht sagen, irgendwie anders, ne. Sucht ihr nach was anderem. Das gleich mal live machen. Und... Ja. Untertitelung. BR 2018 Und neue Kunst. Na, sicher ist es drum wieder schwer. So, Essen ist fertig. Und gleich haben wir auch das letzte fertig. Bevölkerungsgunst hergestellt fünfmal. Okay, dann macht er so Räscher. Okay, dann kann ich hier noch eins davon nehmen, weil die so schwer sind. Fünf wiegen die, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, geht's dir natürlich dann nett aus. Zwei. Oh, wir haben es fertig. Okay, Kunst. Metropole abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast erfolgreich die Industrien aufgebaut und automatisiert, die für den Betrieb einer Autonautsmetropole erforderlich sind. Jetzt solltest du einen Raumhafen bauen und außerwärtliche Aufträge annehmen. Hier ist eine schicke Metall, du hast sie dir verdient. Gut. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dieser Gunst jetzt? Schwungräder. Oh. Wir müssen das hier vergrößern. Nein, das brauchen die später. Hier. Schwungräder. Bücher. Ja, das Problem ist mit dem Bugler, dadurch dass sie verbraucht werden. Dann machen wir erstmal diesen Auftrag hier mit dem Bugler dazu einsetzen, der das dann macht. Dann wollen wir noch ein paar Aufträge machen. So. So. Jetzt soll zum Beispiel die hier ein bisschen voll sind und da rein. Bis Hände leer sind, go. Achso, da unten geht es nicht lang. Okay. Da müssen wir vielleicht noch mal Zeit einstellen dazu. Zumindest momentan. Ich denke, dass wir nicht die Subgrids sehen. Oh, ja. Hier ist der falsche. Ja. Hier hat er nichts. Gut. Gut, und das läuft einmal. Die bringen hier Gunst. Ihre Menge. Tja, ansonsten gibt es wohl nichts mehr zu tun. Das heißt, jetzt ist halt Warten angesagt. Warten. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, 36 km haben wir schon, da kommt er wieder mit 3. Oh yes! Jetzt verlieren wir langsam die Materialien hier. Jetzt geht ins ZDF aus. So, schauen wir mal, ob wir jetzt noch einen größeren Puffer haben. Noch mal. 10 fehlen. Wir könnten ja mehr Bots für die Bautömer einstellen. So, das ist es, wenn es sie jetzt noch ein paar Knoten gibt. So, das ist gerade wieder ein paar Krise. So, als ich möchte, die Bautömer nicht machen möchte. Die Bautömer ist auf zwei? So, ich möchte eben auch immer noch einen Knoten. Da ist es nach einer Knoten. Oh, er wird wieder ein bisschen have-crack. Jetzt geht's wieder. Ich sehe den Bergcirkel. Ich empfehle uns mal einen Tee. Ich bin ein 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 Tee. Blumensamenaster. Tja ich glaube wie wär werden wir hier nicht machen ob der so Aufträge bringen sich an und für sich halt auch nichts. Die bringen hier halt Artefakte. Die können wir hier freischalten für neue Böden oder neue Bots oder so Sachen halt. Das heißt, wir sind hier fertig, würde ich mal sagen. Mit der Gunst kann man hier halt auch nichts mehr machen, was halt schade ist. Wofür gibt's sie? Warum steht das hier eigentlich nicht? Jetzt? Was? Jetzt geht's? Jetzt seit der Siedlung? Ja, kann man sich das mal anschauen. Schade, dass hier kein Stern ist. Aber egal. Wir sind hier fertig, Freunde. Damit würde ich mal sagen, können wir das Let's Play auch beenden. Was als nächstes kommt, ist dann Elden Ring. Ja, da geht's dann ein bisschen anders zu. Schauen wir hier nochmal ran. Da ist auch nichts mehr zu machen mehr. Also wir sind hier definitiv durch. Ja, wie gesagt, Elden Ring ist unser nächstes Projekt. Habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu aufnehmen. Und ja, schaut dann ein bisschen anders aus als das hier. Bisschen ein starker Szenerie. Wechsel vom Quietschpunkt auf dunkel. Gut, ich bedanke mich wieder für's Zuschauen vor allen Ansagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.